Und da sehen wir es, achten Sie, das Auto auf der Geraden praktisch verliert es die Kontrolle, also Aufhängungsbruch und jetzt, schauen Sie mal wie er da einschlägt in die Mauer. Und jetzt natürlich immer noch mit Vollspeed unterwegs, mit ungefähr 300 ist es passiert und jetzt schauen Sie auf die Autos die da kommen. Nakajima. Nakajima schafft es gerade. Und da drüben, das ist Prost, der ja dann zur Box fährt, aber da liegen ja Teile und wohl, damit er nicht einen Reifenschaden hat, geht er direkt zur Box. Alles klar.